ich darf sie ganz herzlich begrüßen liebe zuschauer zum ideas aktien check der société general mein name ist bastian galuschka und es ist montag der 15 april 2024 10 uhr 26 wie man an dieser stelle wollen wir uns zwei aktien unter charttechnischen aspekten näher ansehen zunächst aber zwei rechtliche hinweise dieses video stellt keine anlageberatung da und dient nur informationszwecken außerdem spiegelt das video nur meine sichtweise wieder nicht die der société general an den märkten wird es deutlich unruhiger und in diesen phasen lohnt es sich immer wieder auf die schwergewichte auch zu schauen im einzelaktienbereich denn diese sind maßgeblich dafür verantwortlich wie sich dann die indizes auch bewegen im nasdaq ist das natürlich inzwischen die nummer 1 microsoft gefolgt von apple und auf diese zwei dickschiffe wollen wir heute schauen ganz interessant während der markt unter druck geriet ist die apple aktie die eigentlich das ganze jahr über schon schwach notiert hat in der vorwoche angesprungen ausgehend vor allem kursniveau das jetzt nicht so überraschend kommt wir waren hier im herbst 2023 bereits mehrfach unterwegs im kursbereich um 168 167 dollar von dort aus also jetzt diese gegenreaktion im übergeordneten bild sieht man dass die aktie schon sein geraumer zeitschwierigkeiten hat wir hatten dieses kursniveau das wo wir aktuell stehen auch schon im jahr 2021 erreicht also unterm strich geht es hier nicht weiter dennoch kann man sagen die muster auch wenn eine relative schwäche in diesem jahr vorliegt sind immer noch konstruktiv erst wenn die aktie aus dieser range herausfallen würde also vor allen dingen dann auch unter das vor wochentief würde ein verkaufssignal entstehen im größeren bild das uns dann wieder in den bereich des ema 200 woche zurückbringen könnte dieser gleitende durchschnitt verläuft aktuell bei 147 50 gut auf der oberseite bleibt es beim massiven widerstands cluster um 198 dollar man kann das erweitern das allzeithoch liegt bei 199,62 dollar also kann man sich gut merken wenn die apple aktie sich deutlich über 200 dollar bewegt wäre ein mittelfristiges kaufssignal ausgelöst innerhalb der range haben wir jetzt mit dem zwischenhoch bei 168 67 einen kleinen trigger vorliegen sollte die aktie diesen trigger überschreiten können dann würde sie sich weiter das potenzial in der range wieder erarbeiten heißt also kurzum relative schwäche im mittel bis langfristigen kontext gegenüber dem nasdaq 100 langfristig ist hier gemeint seit 2000 seit ende 2021 im mittelfristigen kontext eine neutrale situation und kurzfristig durchaus das momentum auf seiten der bullen diese müssten jetzt allerdings im wochenverlauf nachlegen um diesen guten ansatz aus der vorwoche auch aufrechterhalten zu können wir schauen uns das ganze wie gewohnt noch mal kurzfristig an hier im tageschart hier sieht man dass das was jetzt so ableitbar war als erholungspotenzial auch erreicht worden ist im freitags hoch wir haben den ema 200 im tag in der tage im tagesintervall erreicht diese diese widerstandszone lässt sich auch erweitern in dem bereich 180 17 und dort sind wir auch intraday erstmal abgeprallt hieße also die bullische variante wäre dass wir im wochenverlauf noch mal etwas konsolidieren und dann im nächsten anlauf es schaffen diese hürde zu nehmen die bärische variante wäre dass wir mit umweg oder ohne wieder nach unten abdrehen und schlussendlich dann auch den abwärtstrend unter 165 67 bzw unter dem april tief fortsetzen für trader also auch hier in beide seiten für für beide seiten etwas geboten wer jetzt der meinung ist die erholung ist vorbei hat hier sehr enge absicherungsmöglichkeiten für short trades wer auf longsignale spekulieren möchte der kann einen ausbruch abwarten das werde das prozyklische die prozyklische herangehensweise oder schaut wo die konsolidierung ausläuft beispielsweise im stundenchart und setzt dann auf den nächsten angriff auf diese widerstandszone auch während er ist natürlich möglich prozyklisch zu shorten wenn diese range im mittelfristigen kontext aufgebrochen wird zwei derivate wenn sie etwas handeln möchten auf die aktie von apple wie gewohnt an dieser stelle sb3 wrp ein turbo endlos call basispreis gleich ko schwelle bei 117 86 60 der hebel um die drei das short pondo sv 581 a ein turbo endlos put basispreis gleich ko schwelle bei 234 28 10 der hebel auch hier um die drei denken sie daran das sind nur zwei beispielhaft ausgewählte produkte sie finden natürlich viele weitere derivate auch auf aktien wie apple und microsoft unter www.sg-zertifikate.de die trading aktionen im april sind natürlich unverändert aktuell das ist zum einen die aktion von deutsche bank max blue kunden dieser bank dieses brokers können noch bis ende juni alle optionsscheine zertifikate und aktienanleihen der société general gebührenfrei handeln mindest voraussetzung hier ein order volumen von 1000 euro dann haben wir die datat bank hier läuft die aktion bis ende mai ebenfalls ein mindest order volumen von 1000 euro und dann noch die aktion bis ende des monats mit der easy bank auch hier das order volumen mindestens 1000 euro und das ist dann auch gedeckelt bis maximal 20.000 euro denken sie auch daran dass sie hier den direkthandel nutzen mit der sg natürlich wenn sie über die börsen handeln sei es jetzt stuttgart frankfurt dann fallen natürlich noch mal gebühren an nutze diese aktionen mit den brokern um gebühren zu sparen und die profitabilität dadurch schon zu verbessern zweite aktie die nummer eins im nasdaq 100 hat die apple aufgrund dieser schwächephase der apple aktie überholt das ist die aktie von microsoft und da kann man schon auf den ersten blick erkennen dass diese aktie immer noch sehr robust im markt unterwegs ist wir haben natürlich auch hier immer wieder phasen wo sich der wert eine auszeit gönnt hier war sogar idealtypisch immer wieder erstmal der abpraller am alten altzeithoch ging es abwärts dann der angriff auf das hoch im zweiten anlauf erfolgreich wir sind über die marke von 366 78 ausgebrochen haben dann wieder dreiteilig zurückgesetzt um den nächsten schub einzuleiten wieder eine konsolidierung und aktuell seit einigen wochen ebenfalls eine konsolidierung auf hohem niveau das spiegelt sich ja auch im nasdaq 100 dann schlussendlich wieder der mittelfristige aufwärtstrend ist natürlich ungebrochen kann man hier sehr schön visualisieren bestünde also sogar konsolidierungspotenzial bis in den 400 dollar bereich wenn die aktie schwächeln würde ohne an diesem übergeordneten bild etwas zu ändern und prozyklisch sind wir ja auch von signalen gar nicht so weit entfernt 430,82 dollar das allzeithoch darüber könnte sich der trend dann mittelfristige richtung 450 dollar fortsetzen das ganze auch hier unter der lupe und hier habe ich mal den aufwärtstrend seit januar noch mal visualisiert da wird es also jetzt schon eng da dürften wir zum wochenstart schon eine entscheidung sehen wenn dieser aufwärtstrend bricht dann würde aus der aufwärtstendenz erstmal eine seitwärtstendenz werden dann könnte beispielsweise die aktie hier in diesem korridor noch weiter laufen der korridor lässt sich eingrenzen auf der oberseite 430,82 auf der unterseite 417,84 man kann das auch erweitern mit dem ema 50 der hier bald reinkommen wird also das ist alles neutral je mehr dann die aktie nach unten natürlich wegbricht den ema 50 unterschreitet desto mehr desto höher wird dann die wahrscheinlichkeit für einen test der 400 dollar marke knapp darunter bei 397,21 sind einige tiefpunkte die als unterstützung fungieren das wäre also hier im tageschart der die bärische variante die bullische variante würde dann wie gesagt hier den ausbruch bedeuten und dann wäre ein ziel bei 450 dollar in etwa denkbar je nachdem wo sich dann das tief ausbildet wäre das tief jetzt schon ausgebildet wären es fast genau die 450 dollar würde die aktie nochmal hier einen tipp auf den ema 50 machen dann würde eine 1 zu 1 projektion etwas weniger anzeigen in dem bereich von 445 dollar wann würde es insgesamt etwas unruhiger werden naja wenn jetzt der untere 400 dollar bereich unterschritten wird dann könnten größere rückläufe starten beispielsweise hier eine sehr solide unterstützung die wir mehrfach auch hier bestätigt haben dann im bereich 366,80 das würde natürlich bedeuten dass dann auch der gesamtmarkt deutlich unter druck geraten würde in den nächsten wochen und monaten also lässt sich das wie folgt zusammenfassen microsoft noch sehr stabil im markt keine entscheidung gefallen über neue signale kann sogar noch mal neue hohes markieren aus dieser seitwärtsbewegung heraus hier muss man sich etwas gedulden beziehungsweise kann sich die trigger zur ober wie zur unterseite schon mal vormerken zweite derivate abschließend auf die aktie von microsoft hier haben wir auf der long seite die wkn sv3 jnd ein turbo endlos call basispreis gleich ko schwelle bei 284 30 knapp der hebel um die drei bleibt mir nur ihnen einen guten wochenstart zu wünschen es wird sicherlich sehr spannend werden nach den schwachen vorgaben auch am freitag und der kriegsthematik rund um israel iran wie sich das ganze dann einpendelt ob dieser rücksetzer schnell wieder zu käufen führen kann oder nicht ich wünsche ihnen wie gesagt eine erfolgreiche handelswoche und wir hören uns mit diesem format gerne wieder kommenden montag bis dahin alles gute tschüss die wir sehen uns beim nächsten Mal bis bald 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 Vielen Dank.